Hallo, ich bin hier im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg und hier wird gerade ein neuer Brunnen errichtet. Er ist noch am Werden. Hier ist auch gerade die Vesna und die Claudia, die jetzt beide die letzten Schritte des Brunnens machen. Der Brunnen besteht aus verschiedenen Wasserhähnen, die dort runterkommen und da gibt es verschiedene Formen von Wasser. Wir werden verwirbeltes Wasser haben, es wird Osmosewasser haben, also Umkehrosmose. Es wird Qi, aufgeladenes Wasser geben und da freuen wir uns. Vielleicht eine Frage an Vesna. Wann denkst du, bis wann der Brunnen fertig sein wird? Ich denke, vielleicht schon diese Woche. Vielleicht schon diese Woche. Bis nächsten Montag, dann bin ich weg. Dahin muss er fertig sein. Gut. Okay, was geschieht noch bei den Brunnen die nächsten Tage? Jetzt unten noch, wir gerade diskutieren die Farben und jetzt mache ich das und dann noch vervogeln und dann noch einweilen. Und technisch noch die letzten zwei Chäne, da muss noch etwas in Verbindung kommen. Die sind noch nicht farb. Gut. Okay, dann danke ich dir und wir freuen uns alle auf das wunderschöne, wunderbar schmeckende und gesunde und energiereiche Wasser, das wir demnächst haben werden. Omschand.